Ey, yo Blaze, ich hab Hunger, Alter. Weißt du, wohin? Okay, ab zur Bude, Alter. Aber Hoppigaloppi. Yeah, du gehst raus und du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen. Du guckst in die Taschen und du hast wirklich dein Geld vergessen. Du guckst in die Taschen, nur zwei Euro dabei. Plötzlich siehst du mich und schreist. Ey, yo, hey! Yo Blaze, ich hab Hunger. Hast du mal ein bisschen Geld? Ich sag, warte mal, mein Freund, ich zeig dir mal, was dir gefällt. Kennst du Judge Curry und auch Black Pit? Nein, okay, Homeboy, da komm mal mit. Du siehst, eine Bude steht einfach da. Ein Euro für Pommes und Wurst, du kommst nicht klar. Yo, Curry und Brat, leg die Würsten auf den Grill. Pommes wollen wir auch, bis es fertig ist. Warte auf und chill. Ich will meine Wurst mit Brot und auch Self-Church. Curry und Brat, Pit wie bei Ocean's Twelve. Scheiß mal auf, fünf Sterne, Restaurant. Die Bude steht und wenn du Hunger hast, dann komm. Ey, yo, one, two, three and there to four. Ein Euro für Pommes und Wurst, stell dir vor. Four, four, three, two and one. Wenn du Hunger hast, Homeboy, dann komm. Komm einfach, die Bude steht. Du gehst hin und sagst, was geht. Beim Homeboy, Curry und Bill. Geh einfach hin, das ist der Shit. Yeah, okay, die Bude steht. Let's go. Du kommst nach Hause und hast Hunger, doch dein Türschrank ist leer. Du gehst zu Dänemark und sagst, geh mal ein Euro her. Ja, willst du Pommes essen? Denn bei Judge Cardibra, Pit schmeckt es immer noch am besten. Deine Mama wundert sich und wagt. Hey, ist ja ein Euro, Pommes? Bist du dir sicher? Das ist was Neues. Nimm deine Mama gleich mit. Kommt jetzt alle zu Judge Cardibra, Pit. Da gibt's Cola, Fanta, Sprite. Brat, Wurst, Lotto, Pommes, alles für ein Euro. Preis, also kommt, essen, wenn ihr euch traut. Para ist das, was die Bude heute braucht. Schreibt mal auf, fünf Sterne, Restaurant. Die Bude steht, wenn du Hunger hast, dann komm. Die Bude steht, wenn du Hunger hast, dann mach dich auf den Weg. Die Bude steht, ich zeige euch in die Ponsen, wie das geht. Die Bude steht, ausprobieren tut doch nichts weh. Die Bude steht, das schmeckt als Essen, ihr werdet sehen. Die Bude steht. Die Bude steht, bei Essen, ihr werdet sehen. Also, mach dich auf den Weg. George Curry und Brad Pitt in der Motherfuckin' House. Schöne Grüße an euch bei. Ja, und schöne Grüße an. An wen? An wen? Ja, an wen. An wen? Prost, Anaget, rasch auf. 2, 3, 4, 3.